Nächster Starter Benedikt Friderici mit seinem Andomagd Brillant 600. Im ersten Durchgang hat er leider einen zu schnellen Gang gehabt. So, jetzt hat er einen sehr langen Angang genommen. Das erste Mal war ein Speedway, da hat der Motor was mitgemacht. Das ist ein Speedway, da ist ein Speedway, da ist ein Speedway. So, das waren 21 Meter, 74, 72 Zentimeter verbessert.